Sie hören? Christina Beuter. Aber sowas von Amore. Gelesen von Corinna Dorenkamp. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Auf die Männer. Ja, genau, auf die Männer. Polly lag auf dem Sofa und prostete sich selbst zu. Auf die Männer. Und auf dich, Polly Sommer, die du das Talent hast, immer an richtige Prachtexemplare zu geraten. Sie leerte ihr Weinglas in einem Zug und schenkte sich gleich wieder nach. Obwohl der Rotwein auch nicht hielt, was sie sich von ihm versprochen hatte. Anstatt Flo zumindest für den Abend zu vergessen, musste sie nun doch immer wieder an ihn denken. Flo. Schon wieder Tränen. Was sprach eigentlich gegen ein bisschen Weltschmerz oder eine kleine, grundlegende Existenzkrise? Nein, keine Träne mehr für Flo, Vogel. Dann lieber noch ein Glas Wein. Prost, Polly. Polly musste an ihre Großmutter denken. Manchmal bist du der Hund, manchmal der Baum, hatte ihre Oma immer gesagt. Nur leider kam es Polly so vor, als wären die Männer immer der Hund. Schweinehunde, Dreckskerle, Arschlöcher, platzte es aus ihr heraus. Das war laut, tat aber gut. Sie musste kichern. Gleich würde wahrscheinlich wieder ihre alte Nachbarin, Frau Dörsam, klingeln und sich über die Lautstärke beschweren. Heute hatte sie damit wenigstens recht. Sarah McLachlans I Will Remember You laut und in Endlosschleife war vielleicht wirklich hart zu ertragen. Egal, sie brauchte das jetzt. Das Leben war ein Arschloch und die Liebe ein Blindfisch. Oder ein kleiner, fetter, fieser Engel, der sie immer absichtlich ins Herz traf. Aber sowas von. Trotz einer Flasche Rotwein sah sie alles ganz klar. Die fette Putte wollte sie heulen sehen. Das Klingeln des Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Lust ranzugehen hatte Polly jedoch überhaupt nicht. Das war bestimmt wieder ihre große Schwester Bea oder Cati, ihre beste Freundin. Aber weder auf Beas. Polly, lass dich nicht so hängen. Kein Mann der Welt hat verdient, dass du wunderbare Person so viele Tränen vergießt. Noch auf Cati's. Polly, Polly, du kannst nicht ewig zu Hause sitzen und im Selbstmitleid ertrinken. Hey, es ist Samstag, 23 Uhr. Ich hol dich ab und wir gehen aus. Hatte sie heute Lust. Sollte Bea doch lieber Motivationsseminare geben und Cati als emotionaler Bademeister andere Menschen davor retten, im Selbstmitleid zu ertränken. Hallo Polly, ich bin's, Marita. Der Anrufbeantworter war angesprungen. Polly war irritiert. Ihre Chefin war am Telefon. Polly, sorry, dass ich so spät anrufe. Vielleicht schläfst du schon oder bist aus. Ich weiß, es ist Samstagabend. Marita? Aber wir haben hier einen Notfall und ich brauche dringend deine Hilfe. Oh je. Konnte sie so mit Marita, ihrer strukturierten Powerfrau-Chefin sprechen, so à la Bridget Jones, wie sie sich gerade fühlte? Wo war überhaupt das Telefon? Ruf mich bitte direkt zurück, wenn du meine Nachricht gehört hast. Polly schaute sich suchend um. Im obersten Brett des Bücherregals blinkte es rot. Wie zum Teufel war's denn da hingekommen? Musik aus, über das Sofa und ans Telefon. Marita? Hallo, tut mir leid, ich hab das Telefon nicht gleich gefunden. Ihre Stimme klang ein wenig atemlos. Ah, Polly, wie schön, dass ich dich erreiche. Ich hab es auch schon auf deinem Handy versucht. Woher sollte ihre Chefin auch wissen, dass sie ihr Handy nach dem letzten Telefonat mit Flo einfach in den Rhein geworfen hatte? Äh, ja, das Handy, ja, das ist mir leider geklaut worden. Was gibt es denn so Dringendes? Polly, du musst sofort nach Italien fahren. Erinnerst du dich an Liv Andersen? In zwei Wochen ist ihre Vernissage und Max fällt für die Reportage über sie leider aus. Ja, natürlich erinnere ich mich an sie. Was ist denn passiert? Es war gar nicht so leicht, deutlich zu sprechen und gleichzeitig Marita zu folgen. Polly schwirrte der Kopf. Du kennst doch Max, immer auf der Jagd nach Adrenalin. Heute war er beim Freeclimbing, natürlich ohne Sicherungsseil, ist abgestürzt und hat sich leider beide Beine gebrochen. So langsam sollte ich in seinen Vertrag eine Anti-Gefahr-Klausel einfügen, nach der Gehirnerschütterung mit Schleudertrauma in Folge des Motocross-Rennens.